Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Mario Kahn vom Burda Direkt. Spreche ich mit Herrn Hans-Joachim Vorderziege. Am Telefon. Super. Herr Vorderziege, ich habe eine sehr schöne Nachricht Ihres Lebens. Ein was, bitte? Sie haben... Ich habe eine sehr schöne Nachricht an Sie, wo Sie sich jetzt sehr freuen werden. Ja, wirklich? Herr Vorderziege, ja, Sie hatten sich über das Internet mit vorderziege.gmail.com für unseren kostenlosen Einkaufsgutschein eingetragen. Einkaufen? Sie sind jetzt mit Einkaufsgutschein. Ja. Und jetzt stehen Sie in der Finale bei uns, sind im Boot. Herzlichen Glückwunsch, Herr Vorderziege. Im Finale? Ja. Oh, das ist ja die beste Nachricht des ganzen Jahres, nicht wahr? Genau. Und das bekommen Sie jetzt von mir auch alles nochmal schriftlich, ja? Ja. Und das geht dann an die Bildeische 81. Wohnen Sie da noch? Wie bitte? Wohnen Sie noch an der Bildeische 81? Ja, mein ganzes Leben lang wohne ich da schon. Super. Ja, ja. Sie bekommen von uns auch eine Weihnachtsprämie als Geschenk. Eine was, bitte? Eine Weihnachtsprämie. Bekommen Sie geschenkt an mir. Was ist das? Das ist ein Kaffeeautomat. Katze? Kaffeeautomat von Kibo. Kaffee? Kaffeeautomat. Ja, ja. Super. Bekomme ich für Weihnachten? Ja, sicher. Wenn ich Ihnen Orangien verspreche, bekommen Sie Orangien und keine Mandarinen. Ja? Nee, also gegen Chichusfrüchte bin ich allergisch. Das kann ich also nicht gebrauchen. Aber den Kaffeeautomaten, das ist in Ordnung. Gut. Super. Und das bekommen Sie von mir an die Bildeische 81, Postleister 76534 Baden-Baden. Und sind Sie am 1.4.49 geboren? Oder wann sind Sie geboren? Wie bitte? Wann Sie geboren sind? Ja, 4.4.49. 4.1. oder 1.4.? Wie bitte? Sind Sie am 1.4. geboren? Oder am 4.1.? Ja. Wann? Ja. Wann sind Sie geboren? Ja, am 1. April. Ja, da bin ich auch geboren. Dann haben wir das gemeinsam mit. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Herzlichen Glückwunsch, Mensch. Ja. Genau haben wir erst den Ketten gebraucht. Es gibt ja, sag ich mal, können Sie mal das Mikrofon aus dem Mund nehmen? Man kann Sie ganz schwer verstehen. Okay. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, ist viel besser. Vielen Dank. Super. Super. Herr Pöder-Sieger. Ja? Sie bekommen jetzt von mir den Kaffeeautomaten von Chibu nach Hause geschickt. Die Katze? Das bekommen Sie alles. Nein, den Kaffeeautomaten. Kaffeeautomaten. Ich habe eine Tierhaarallergie. Also eine Katze kann ich nicht gebrauchen. Nein, Kaffeeautomaten habe ich Ihnen noch gesagt. Der Kaffeeautomaten. Für Kaffee, ja. Genau, genau. Kaffee. Kann man da auch Tee mitmachen? Ja, kann man auch mit Tee machen. Ja, weil meine Frau, die trinkt gerne Kaffee, aber wenn die Kaffee trinkt, dann dreht die total am Windrad. Kaffeeautomaten. 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 Das sind ja quasi die Traumata aus Stalingrad, die dann wieder hochkommen. Okay, habe ich gestanden. Herr Vorderziegel, haben Sie was zum Schreiben? Wie bitte? Ob Sie was zum Schreiben haben. Soll ich was zu Schreiben holen? Genau. Wer schreibt, der bleibt, Herr Vorderziegel. Ja, ja. Das habe ich zu meinem Lehrling auch immer gesagt. Und 20 Jahre später hat er die Firma übernommen und mich entlassen. Hätte ich das mal nicht gesagt zu dem. Ja, das stimmt allerdings. Weil da gibt man sich die Mühe, versucht während der Lehrzeit, sage ich mal, möglichst wenig Gewalt anzuwenden und auch was beizubringen und manchmal auch die Überstunden zu bezahlen oder auch mal, wenn er 10 gearbeitet hat, eine freigeben und dann entlässt er dich einfach. Boah. Das ist eine Riesensauerei. Da gab es auch, sage ich mal, mehrere Prozessionen vor dem Arbeitsgericht. Und die haben mir dann zu einem Vergleich geraten, weil, sagen wir, strafrechtlich war die Behandlung des Auszubildenden wohl beanstandungswürdig, aber das hat alles schon verjährt gewesen. Die haben gesagt, dass bevor das in die Presse kommt, soll ich da lieber nicht so ein Fass aufmachen. Habe ich verstanden. Haben Sie das Problem auch so mal gehabt? Nein, ich habe mich immer in der Ausbildung brav verhalten. Ah, sind Sie schon ausgelernt, ja? Ja, ja, ich bin gelernter Schlosser, Industriemechaniker. Tatsächlich? Ja, ich habe bei der Firma Delphi gelernt. Delphi? Delphi, Delphi. Das kenne ich nicht. Was machen die denn? Die machen Auto-Zubehör-Teile. Ach so. Weil ich habe ja im Prinzip, wir haben Gardinenstangen hergestellt. Und das dummerweise dann halt zu einer Zeit, wo die diese elektrischen Salusinen entwickelt haben. Weil das ist ja das Problem mit den Spannern, ist ja immer größer geworden. Und das ist mal, ich sage mal, wenn man vor dem Akt halt nicht schnell genug noch die Vorhänge zuziehen konnte. Und da sind die Leute halt umgestiegen auf die Elektrischen wegen dem schnellen Druck auf den Knopf halt. Nicht wahr? Das hat unserer Branche dann halt gesadet. Das glaube ich hier nicht. Ja, ja. Ach so, Herr Porter, haben Sie jetzt einen Zettel und einen Stift, damit Sie wissen, wer hier Sachbearbeit hält? Ach, ich sollte ja was zu schreiben holen, ganz vergessen. Genau. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich bin dann soweit. So, mein Name ist Mario Kahn, wie der Oliver Kahn. Mario Kahn ist mein Name. Olli, bist du es? Nein, ich bin nicht Olli, ich bin der Mario Kahn. Olli? Nein, Mario Kahn. Kannst du mir dann den Papa mal geben? Nein, mein Name ist Mario Kahn. Ja, ja. Habt ihr das? Ist der Olli zu Hause? Nein, nein. Wann kommt denn der wieder? Herr Porter, ich bin von Burda. Burda Verlag. Schreiben Sie sich das mal auf. Von was bitte? Büro? Von Burda, Burda, Burda. Burda Verlag. Das hört sich indisch an. Rufen Sie aus Indien an? Nein, aus Hamburg. Aus was bitte? Hamburg. Hamburg. Hamburg am Main oder Hamburg an der Alster? Am Nordsee. Herr, was bitte? An der Nordsee, Hamburg. Ja, ja, aber es gibt ja noch ein anderes Hamburg. Da muss man ja fragen. Okay. So. Sie werden jetzt für die Preise ausgerüstet. Ja. Bekommen jetzt von uns auch als Belohnung, weil Sie es in die Finale geschafft haben, den Kappelautomaten nach Hause. Ja. Und für die Finale benötige ich noch einmal Ihre IBAN-Nummer. Das was bitte? Haben Sie mal Ihre IBAN-Nummer? Mit Deutscher Bank arbeiten Sie zusammen, Herr Vorderzieger. Nee, da haben Sie was falsch verstanden. Ich bin schon lange in Rente. Ich arbeite nicht mehr. Nein, wir werden jetzt in der Finale auch Bargewinne vergeben. Und wenn Sie den gewinnen sollten, bekommen Sie das dann automatisch auf Ihre Bank überwiesen. Haben Sie mal einmal Ihre Bankweitzahl, Kontonummer. Hallo? Haben Sie mal Ihre Bankweitzahl und Kontonummer, bitte. Haben Sie nicht gesagt, ich kriege einen Kaffeeautomaten? Ja, aber in der Finale werden Sie noch einmal um unsere Einkaufsgutscheine und Bargeldgewinne ausgelostet. Hartgeld? Ja. Nein, Bargeld. Ich muss gerade mal kurz mein Hörgerät holen. Ja, ich kann Sie so schlecht verstehen. Gleich wieder da. Ja, okay. Bis gleich. Ja. Hallo? So, hören Sie mich besser, Herr Vorderzieger? Oh, bitte nicht so schreien. Okay, hören Sie mich jetzt besser. Ja, ja. Ich kann Sie höher. Herr Vorderzieger, Sie hatten sich für unser kostenloses Gewinnspiel eingetragen. Ja. Und stehen jetzt bei uns in der Endfinale. Und als Belohnung bekommen Sie auch von mir eine Weihnachtsträmie nach Hause geschickt, den Kaffeeautomaten. Und in der Finale werden Sie noch einmal um Sachpreise und Bargeldbeträge ausgelostet. Und die Gewinnbeträge in Bar, auf welche Bankverbindung darf dann Ihr Gewinnfall überwiesen werden, wenn Sie den Hauptgewinn erzielen? Wie viel ist das denn? Das sind 1000 Euro. 1000 Euro? Genau. Muss ich alles aufschreiben? Ich kann mir keine Sachen mehr merken. Okay, gut. Und was für Sachgewinne gibt es da noch? Da gibt es Einkaufsgutscheine von Mediamarkt, Saturn, Edeka, Rewe, Penny, Amazon. Ja? Und das wird sich dann in der Finale feststellen, in welchem Platz Sie erzielen. Ach so. Für die Finale brauche ich doch einmal bitte Ihre IBAN-Nummer. IBAN? Genau, IBAN. Woher kennen Sie den denn? Ja, das steht dann bei uns hier unter Datenschutz. Ja? Ja. Haben Sie da bitte einmal die IBAN-Nummer zum Vergleich? Soll ich den holen? Genau. Ich weiß zwar nicht, woher Sie den kennen, aber ich mache das mal eben, ja? Einen Moment bitte. Ja, sicher. IBAN? Da will dich jemand sprechen. Wer ist denn das? Ich habe es nicht ganz verstanden. Hallo? Ja, hallo, grüß Gott. Mein Name ist Mario Kahn. Mit wem spreche ich jetzt? Hier ist Ivan. Sie wollten mich sprechen. Ivan Pordaziege? Nein. Bagatov. Wie bitte? Bagatov ist mein Name. Den Hans-Joachim Pordaziege hätte ich gerne gesprochen. Der sagt, ich will jemand mit Ivan sprechen. Nein, nicht Ivan. Das hat er falsch verstanden. Kann ich dir bitte mal sprechen? Ja, weißt du, ich will nur Kühlschrank reparieren. Ich weiß ich nicht. Ich gebe Warte. Nein, 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 nein. Ich weiß, der will sie. Der wollte nicht mit mir sprechen. Warum geben Sie mir Telefon? Der hat gesagt, er will mit dem Ivan reden. Das habe ich immer gesagt, aber der. Da hier muss ich noch mal warten. Ich habe 14 Minuten Feierabend. Na gut, Cringy, das ist denn heute noch fertig. Ja, vielleicht müssen wir tauschen den Motor. Ich muss jetzt einen Test machen mit Kulag-Regaten. Sie bitte bei diesem Anspräch. Hallo. Hallo Herr Pordaziege. Sie hat doch gesagt, Sie wollen mit dem Ivan reden. Nein, ich habe gesagt, ich möchte Ihre Ivan hören. Die Ivan-Nummer, Ihre Bankverbindung. Wodschu denn? Damit ich das in die Finale eintragen kann, damit die Gewinne per Online-Banking überwiesen werden können, wenn Sie den Hauptgewinn erzielen. Ja? Wenn was, bitte? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Damit die Bargewinne ausgezahlt werden können, wenn Sie gewinnen. Ja? Also die Maschine, ja? Haben Sie mal Ihre Ivan. Ist da eine Garantie drauf oder Gewährleistung? Hallo? Haben Sie mal Ihre Bankweitzahl, Kontonummer. Nee, nee, warum? Sie haben doch eine Maschine. Kann man doch nicht überweisen, nicht wahr? Nein, das wird doch automatisch per Online-Banking überwiesen, Herr Pordaziege. Die Kaffeemaschine. Ja, die Kaffeemaschine bekommen Sie auch jetzt nach Hause geschickt. Ja, ja, da ist ja die Frage, ob die Garantie oder Gewährleistung haben. Drei Jahre. Drei Jahre Garantie. Garantie. Und Gewährleistung? Drei Jahre. Was ist denn der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung? Ich verstehe das nie. Nein, der Kaffeemaschine gehört Ihnen, Herr Pordaziege. Das habe ich ja verstanden, aber für mich wäre ja im Prinzip aufgrund der Molekularverschiebung wichtig zu wissen, weil es ist ja bei Garantie und Gewährleistung, da gibt es ja Unterschiede, ob Sie mir das erklären können als Profi. Nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. So, ich brauche einmal Ihre Bankweitzahlung. Sind Sie noch in der Ausbildung? Nein. Dann müssen Sie sowas doch wissen. Nein, Herr Pordaziege, ich brauche einmal Ihre Bankverbindung. Also meine Frage, ich habe ja im Prinzip kein eigenes Konto mehr, das habe ich abgeben müssen wegen der Pfändung. Okay, gut, dann hat sich das doch alles erledigt, Dankeschön. Schau dich schämen, mein Fra- Schau, jetzt wollte ich gerade noch Dorian ans Telefon holen. Aber guck mal, sobald du keine Kontonummer mehr hast, bist du uninteressant für diese Mistfiguren. Was für ein elendes, ehrloses Pack. Und immer diesen Namen, Mario Kahn, ja natürlich, klar. Und mein Name ist Izmir Egal, der beste Freund von Wayne Interessiert.